Unser Thema ist Folgen des Klimawandels. Unsere Unterthemen sind Folgen der Erderwärmung, Folgen des Anstiegs des Meeresspiegels und Folgen für die Tierhälse. Folgen der Erderwärmung Durch die anhaltende Trockenheit und die stärker werdende UV-Strahlung fangen vor allem in Hitze- und Trockenregionen ganze Wälder an zu brennen. Dabei werden wiederum große Mengen an Treibhausgasen wie CO2 abgegeben, was dafür sorgt, dass der Treibhauseffekt verstärkt wird und zu weiteren Folgen unserer Umwelt führt. Eine weitere Folge der Erderwärmung ist die Austrocknung von Flüssen und Seen. Diese kommt zustande, da sich die Erde durch die anhaltende Hitze immer mehr erwärmt, woraufhin das Wasser verdunstet und die Erde trocken wird. Nicht nur Flüsse und Seen trocknen aus, sondern auch der Boden, welcher als Acker oder als Anbaufläche dient. Dies kann zu vielen Missenden führen. Eine ebenfalls große Problematik stellt das Eisschmelzen dar. Riesige Eisgletscher und die polaren Eiskappen schmelzen aufgrund der Erwärmung. Dies führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels, welcher weitere Gefahren mit sich zieht. Folgen des Meeresspiegelanstiegs Wenn der Meeresspiegel ansteigt, gibt es immer heftigere Überschwemmungen an den Küstengebieten. Außerdem kommt es zur Versalzung des Grundwassers, wer das Meerwasser durch den Anstieg ins Grundwasser eindringt. Es liegen global in etwa 2 Millionen Quadratkilometer weniger als 2 Meter über der mittleren Hochwasserlinie. Somit sind auch viele Menschen und Tiere, die in den flachen Küstengebieten leben, durch die ganzen Überschwemmungen gefährdet. In der Zukunft droht den Küstenregionen also eine dauerhaft anhaltende Überschwemmung. Schlimmere Folgen sind jedoch die kürzeren, aber heftigen Überschwemmungen. Zudem verlieren viele Tiere ihr Zuhause, wie zum Beispiel Eisbären, die auf den Eisschäuen leben, die jedoch durch die Erderwärmung schmelzen und somit für den Anstieg des Meeresspiegels sorgen. Durch den steigenden Meeresspiegel überschwemmme auf die Lebensräume von Tieren, wodurch sich die Tiere einen neuen Lebensort suchen müssen. Dadurch, die Erderwärmung Eiskappen schmelzen, verlieren viele Polarbären ihr Zuhause und müssen sich dann einen neuen Lebensort suchen. Auch Tiere und Pflanzen bekommen die Folgenden des Klimawandels längst zu spüren. In Bayern fürchten, dass einige Arten von Klimawärmung auch sterben können. Eisbären in der Arktis schmilzt der Lebensraum unter den Tatzen weg, die Prämonisten verlieren ihr Klimawandel. 24 Stunden lang das Panorama von Gletschern und Eisbären und des Nebensraums. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017